Gleich bei TV Berlin Aktuell. Innenausschusstag, wie geht es weiter in Berlin? Merkels Ansprache an die Nation? Und wie wirkt sich die Corona-Krise auf dem Bundestag aus? Und damit hallo und herzlich willkommen zu TV Berlin Aktuell am Montag, dem 16. März 2020. Wenn Sie am Wochenende draußen unterwegs waren, wird Ihnen aufgefallen sein, dass es viel ruhiger geworden ist in der Stadt. Auch nachts war eher wenig los, denn am Samstag wurde bekannt gegeben, dass Clubs, Bars und andere Freizeitorte schließen mussten, um der Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken. Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen sind verboten und wer sich mit weniger als 50 Personen versammelt, muss eine Anwesenheitsliste mit Adressen und den Kontaktmöglichkeiten der eingeladenen Personen führen. Doch wie weit werden die Einschränkungen noch gehen? Das war auch zentrales Thema heute Morgen im Innenausschuss. Es war eine außergewöhnliche Situation heute Morgen im Abgeordnetenhaus. Der Innenausschuss ist der einzige Ausschuss, der noch tagen darf. Die Devise war Abstand halten. So wurde auch nur eine Person aus jeder Fraktion zugelassen. Auch der Andrang an Journalisten war verhältnismäßig gering. Die Stimmung war regelrecht gedrückt. Denn alle wissen, welche Herausforderungen nun auf sie zukommen. Den Anfang machte der Innensenator Andreas Geisel. Laut Geisel sei die gegenwärtige Lage in Berlin eine noch nie dagewesene Situation. Er versprach den Abgeordneten, dass alles getan werden wird, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, wie Sie wissen, befinden wir uns in einer außergewöhnlichen Situation, noch nie dagewesenen Situation einer weltweiten Pandemie. Und der Berliner Senat trifft die notwendigen Entscheidungen, um die möglichen Infektionen einzudämmen. Wie Sie wissen, ist dieses Infektionsgeschehen nicht zu unterbinden. Sehr wohl gehen unsere Versuche aber in die Richtung, es zu verlangsamen, um die Arbeitsfähigkeit und die Kapazitäten der zur Verfügung stehenden Krankenhäuser nicht überzubeansprochen. Doch einigen Abgeordneten reichen diese Maßnahmen noch nicht. So wurde auch von Seiten der CDU gefragt, ob nicht noch mehr getan werden muss. Ja, im Moment sind alle Bestrebungen im Gesundheitsbereich darauf gerichtet, die Kapazitäten bei Intensivbetten zu erweitern. Wir haben deutschlandweit 28.000 Intensivbetten. Ich glaube, für Berlin sind es 2.000. Aber die Zahlen kann die Gesundheitsverwaltung Ihnen zuverlässiger geben als ich. Wir bemühen uns gerade, die Zahl der Intensivbetten beziehungsweise der Beatmungsgeräte noch mal zu erhöhen. Das ist sowohl auf Landesebene der Fall als auch auf Bundesebene. Bundesgesundheitsminister Spahn ist dort auch unterwegs, um dort Kapazitäten erweitern zu können. Genauso hat die Gesundheitsverwaltung, haben die Krankenhäuser beispielsweise Ärzte und Medizinstudenten angeschrieben, um sie vorzubereiten, dass sie gegebenenfalls in den nächsten Wochen in Einsatz kommen, um die Zahl des medizinischen Personals oder des medizinisch geschulten Personals gegebenenfalls erweitern zu können. Also auch diese Vorbereitungen laufen. Zu der Frage des Katastrophenschutzes muss man sagen, dass der Katastrophenschutz in Bayern schon des Öfteren ausgerufen worden ist. In einzelnen Landkreisen bei Starkregen oder starken Schneefällen. Das ist notwendig, um die Durchsetzungsfähigkeit der Landesregierung beziehungsweise den Durchgriff auf die Landkreise und die Durchgriffe des Landkreises auf die Kommunen zu sichern. Dazu muss man wissen, dass Bayern ja ein großes Flächenland ist und die Wege von München dann durchaus weit sind. Das sind andere Voraussetzungen, als wir hier als Stadtstadt haben. Dafür muss man wieder sagen, wir als Stadtstaat haben ungünstigere Voraussetzungen bei der Verbreitung von Pandemie, weil hier viel mehr Menschen auf einem Fleck in unmittelbarer Nähe zusammenarbeiten. Die Bayern haben sich jetzt für diese Maßnahme entschieden. In Berlin funktionieren die Strukturen, ich sagte das vorhin, funktionieren die Strukturen zur Bewältigung der Krise. Wir sind noch nicht in einer solchen Situation, im Katastrophenfall. Hätten wir die Möglichkeit, beispielsweise auch auf private Firmen zuzugreifen, Gebäude zu beschlagnahmen oder, es war hinterfragt worden, wie wir das mit dem Einzelhandel machen, wenn die Fahrer der Fahrzeuge erkranken, dann hätten wir die Durchgriffsmöglichkeit auf weitere Verkehrsunternehmen und könnten die verpflichten, solche Transporte zu übernehmen, um die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Diese Voraussetzungen hätten wir, wenn wir den Katastrophenfall ausrufen würden. Da wir gegenwärtig diese Situation nicht haben, rufen wir den Katastrophenfall Stand heute nicht aus. Trotz vieler Fragen der Abgeordneten sieht laut Andreas Geisel die Situation in Berlin weiterhin ganz gut aus. Also was die strukturellen Voraussetzungen betrifft, gibt es kaum ein Land auf der Welt, das bessere Strukturen hat, um mit einer solchen Situation klar zu kommen. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass wir uns jetzt nicht auf den guten Strukturen ausruhen können, sondern dass wir selbstverständlich konsequente Entscheidungen zu treffen haben. Und das tun wir. Und wenn ich sehe, wie die Polizei und die Feuerwehr, wie die Rettungskräfte einsatzfähig sind, dann sind wir gut vorbereitet und ich stelle fest, dass es unter den Berliner und Berliner eine große Solidarität gibt. Und ich war am Wochenende auch einkaufen und habe auch gesehen, dass im Einzelhandel die Menschen mit voller Motivation und Engagement arbeiten. Das ist schon beeindruckend. Also Frage, Antwort, ja. Kann denn die Polizei personell überhaupt dieses alles kontrollieren, was jetzt an Einschränkungen aufgetaucht sind? Die Rechtsverordnung durchzusetzen ist jetzt eine Schwerpunktaufgabe, eine weitere Schwerpunktaufgabe neben der Verbrechensbekämpfung, die die Polizei übernommen hat. Die Streifen sind dort unterwegs, setzen entsprechende Verordnungen durch und sind schon 31 Strafverfahren eingeleitet worden. Also ich gehe davon aus, dass es sich herumspricht, dass wir das ernst meinen mit den Rechtsverordnungen und will nochmal ganz ausdrücklich an die Besonnenheit der Berlinerinnen und Berliner appellieren. Wir tun das für Ihre Gesundheit. Bitte nehmen Sie das ernst. Es geht darum, die Kapazitäten der Gesundheitsversorgung nicht zu überlasten, damit alle Menschen Möglichkeit haben, zu medizinischen Leistungen Zugang zu haben. Und deshalb, selbst wenn Sie sich selber nicht betroffen fühlen, und wenn Sie selber keine Angst haben, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Sie Träger der Viren werden, die für andere Menschen gefährlich sind. Deswegen bitte nehmen Sie unsere Rechtsverordnung ernst und zeigen Sie Solidarität. Na, da fragen wir doch mal bei der Gewerkschaft der Polizei nach, ob die Polizei ausreichend aufgestellt ist. Ich glaube erst mal, dass heute auch im Innenausschuss deutlich geworden ist, naja, die Eindämmung dieser Pandemie letztlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Das heißt, man appelliert dann auch erst mal an alle Menschen, alle Bürgerinnen und Bürger, hier auch möglichst die Pandemie nicht weiter voranzutreiben durch unmögliche Kontakte. Es ist so, dass es eine Verordnung gibt. Die haben wir Samstag dann auch bekommen. Und man hat, glaube ich, auch an dem Abend schon erste Hundertschaften auch auf der Straße gesehen und natürlich Abschnittskräfte. Aber klar ist auch, dass Polizisten nicht in jede Bar gehen können und dort gucken können oder im Restaurant, ob dort der Abstand eingehalten wird. Deswegen wird es natürlich personell, weder für Polizei noch Feuerwehr, auch umsetzbar sein, hier auf alles reagieren zu können. Aber es ist natürlich im Fokus in den nächsten Tagen in der Arbeit. Nur Kriminalität wird es in der Stadt trotzdem noch geben. Also davon sollte man sich, glaube ich, verabschieden. Es ist einiges heute gesprochen worden. Die Lage verändert sich auch tagtäglich. Das heißt, da wird auch noch einiges auf unsere Kolleginnen und Kollegen zukommen. Aber wir haben heute auch gehört, dass eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen bei Polizei und Feuerwehr bereits selbst betroffen ist. Das heißt, in Quarantäne ist, nicht zum Dienst kommen kann. Also es ist jetzt nicht so gerade, dass unsere Kollegen nicht wissen, was sie tun sollen in der Stadt. Tut denn die Polizei was, um die Kollegen zu schützen? Na, es ist schon so, dass langsam wirklich sich was in Bewegung gesetzt hat. Die Feuerwehr hat sehr schnell auch täglich immer wieder neu informiert über aktuellen Stand und Maßnahmen getroffen. Bei der Polizei ging das ein bisschen schleppend voran, muss man ganz ehrlich sagen. Da haben wir als Gewerkschaft der Polizei auch vor zwei, drei Wochen mal ein bisschen Druck aufgebaut. Da ging es erstmal grundsätzlich um das Thema, was ist mit Schutzausrüstung? Was machen wir, wenn wir nach vorne schauen müssen? Jetzt ist es so, dass wir am vergangenen Freitag der Polizeiführung einen ordentlichen Fragenkatalog hingelegt haben, weil das sind eben nicht nur Sachen, die aus arbeitsmedizinischer Sicht dort Relevanz haben, sondern unsere Kolleginnen und Kollegen haben auch Kita-Kinder, auch Schulkinder. Es ist auch die Frage, wie ist es mit Lohnfortzahlung bei Tarifbeschäftigten? Wie gehen wir generell damit um, wenn Kollegen präventiv in Quarantäne kommen? Wie wird das berechnet? Wie stellen wir die Einheiten auf? Also es ist eine große Bandbreite. Es ist so, dass die Berliner Polizei mittlerweile auch eine Koordinierungsstelle eingerichtet hat. Vielleicht ein bisschen spät, aber es ist schon so, dass man in den letzten Tagen merkt, dass da sowohl die Informationen auch an die Kolleginnen und Kollegen besser geworden sind, als auch die Maßnahmen, die unternommen werden. Aber da ist man noch im stetigen Prozess und muss das eben auch an die Lagen anpassen. Am Wochenende gab es die Verordnung, die durchgesetzt werden musste. Und so kann hier tagesaktuell wieder was Neues kommen. Deswegen ist es auch eine Mammutaufgabe für die Führungsriege der Berliner Polizei, hier entsprechende Maßnahmen zu treffen. Ja, auch die Gerüchte, man hört es aus dem Ausland, Ausgangssperren. Wäre das für Berlin auch eine Maßnahme, die überhaupt sinnvoll wäre? Also im Moment sagen uns die Virologen, dass das keinen Sinn macht. Dass es epidemiologisch keinen Sinn macht. Und deswegen haben wir eine solche Rechtsverordnung nicht in Vorbereitung. Und auch im Ausland, ich glaube in Österreich, gibt es ja nach wie vor die Möglichkeit, nach außen zu gehen, wenn man arbeiten geht beispielsweise oder wenn es andere Gründe gibt. Aber von dieser Situation sind wir im Moment, Stand heute Montag, in Berlin weit entfernt. Also kann es sein, dass es in Zukunft noch zu weiteren Einschränkungen kommen wird. Jeder ist aufgefordert, mitzuhelfen, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Das hat am Wochenende auch die Bundeskanzlerin in ihrem Podcast deutlich gemacht. Das Coronavirus ist eine riesige Herausforderung für uns in Deutschland. Eine Herausforderung, wie wir sie seit langem nicht gekannt haben. Und genauso wie es uns geht, geht es vielen Ländern, den allermeisten Ländern auf der Welt. Deshalb sprechen wir auch von einer Pandemie. Das Virus, um das es geht, ist neuartig. Es gibt kein Medikament und es gibt keinen Impfstoff. Deshalb müssen wir die Verbreitung dieses Virus verlangsamen, um unsere Gesundheitssysteme nicht zu überfordern. Und das bedeutet, dass wir soziale Kontakte weitestgehend einstellen, wo immer das möglich ist. Damit helfen wir insbesondere den Menschen, die von der Erkrankung durch dieses Virus in besonderer Weise betroffen sein werden. Das sind die Älteren und Menschen mit Vorerkrankungen. Jeder kann einen Beitrag leisten, aber vor allen Dingen muss der Staat organisieren, dass wir entschlossen und geschlossen handeln. Die Bundesregierung arbeitet bei dieser Aufgabe ganz eng zusammen mit den Bundesländern und den Kommunen. Denn Verantwortlichkeiten hat jede Ebene unseres föderalen Staates. Die Bundesregierung hat ihre Arbeitsstrukturen geändert. Es wird von jetzt an einen Kabinettausschuss geben, in dem die Bundeskanzlerin, der Vizekanzler, der Innen- und der Außenminister, der Gesundheitsminister und die Verteidigungsministerin zusammenarbeiten, um jeweils die richtigen Entscheidungen für die Sicherheit und die Gesundheit der Menschen zu treffen. Wir haben einen Krisenstab von Gesundheits- und Innenministerium eingerichtet, der sich regelmäßig trifft. Und wir haben mit den Bundesländern verabredet, dass wir von Montag an regelmäßig mit den Chefs der Staatskanzleien Konferenzen abhalten, um uns ganz eng abzustimmen. Auch den Kontakt zu den Landkreisen und den Oberbürgermeistern in unserem Lande werden wir intensivieren. Das sind die Arbeitsstrukturen. Uns leitet dabei immer der wissenschaftliche Sachverstand. Wir verfügen über ein herausragendes Institut, das Robert-Koch-Institut, das uns die fachliche Bewertung der Situation geben kann. Und wir haben glücklicherweise herausragende Virologen in unserem Lande, die zu der Forschung und zu der Entwicklung wichtige Beiträge leisten können. Mit ihnen stehen wir immer in Kontakt. Und unsere politischen Maßnahmen richten wir an den Empfehlungen dieser Fachleute aus. Das ist ganz wichtig. Das müssen wir tun. Und wir müssen sie natürlich auch in die Lage versetzen, möglichst schnell dafür Sorge zu tragen, dass Impfstoffe entwickelt werden können und Medikamente hergestellt werden können. Aber das wird dauern. Und deshalb müssen wir unser Verhalten koordinieren. Und deshalb wird es auch zur Schließung von vielen Einrichtungen kommen. Deshalb wird es keine Veranstaltung über tausend Menschen geben. Und deshalb rufen wir alle auf, alle nicht notwendigen Veranstaltungen nicht zu besuchen, bis hinein in das familiäre Umfeld. Wir helfen damit ganz konkret Menschen und können Solidarität in der Gesellschaft zeigen. Wir wissen, dass diese sehr einschneidenden Maßnahmen tiefe wirtschaftliche Spuren hinterlassen werden. Deshalb hat die Bundesregierung auch in diesem Bereich erste Maßnahmen auf den Weg gebracht. Ich bin dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat sehr dankbar, dass das Kurzarbeitergeld in Rekordzeit verabschiedet wurde, sodass Menschen, die vielleicht ihre Arbeit verlieren könnten, genau davon nicht betroffen sind, sondern Kurzarbeitergeld beziehen können. Und der Bundesfinanz- und der Bundeswirtschaftsminister haben eine Vielzahl von Maßnahmen vorgestellt, mit denen Unternehmen die notwendigen Geldmittel bekommen, auch wenn ihre Umsätze jetzt einbrechen. Wir wollen unsere Wirtschaftsstruktur erhalten. Wir müssen natürlich alle staatlichen Strukturen erhalten, damit unser Land auch weiter funktioniert. Das sind die Prioritäten. Und natürlich die medizinische Versorgung. Jeder einzelne Mensch ist betroffen in unserem Land. Und diese Betroffenheit schränkt natürlich auch den Lebensraum ein. Aber das tun wir für die eigene Gesundheit. Und wir tun es dafür, dass anderen Menschen geholfen wird. Deshalb ist dies eine Zeit, in der wir sicherlich zeigen können, wie wir auch füreinander sorgen und aneinander denken. Jeder und jede ist dazu aufgerufen. Denn manche Kontakte wird es in dieser Zeit nicht so häufig geben. Zum Beispiel sagen uns die Experten, dass die Enkel nicht ihre Großeltern zum Beispiel besuchen sollen. Denn wir wollen sicherstellen, dass die, die besonders anfällig dann für diesen Virus sind und für schwere Verläufe der Krankheit, dass die eben nicht ins Krankenhaus müssen, sondern sich gar nicht erst infizieren. Deshalb heißt also die Aufgabe, jeder und jede kann mit seinem und ihrem persönlichen Verhalten dazu beitragen, dass sich die Geschwindigkeit, in der Menschen infiziert werden, so verlangsamt, dass unser Gesundheitssystem nicht überfordert wird. Das ist das, woran wir arbeiten. Das ist das, was wir tun, damit wir Menschenleben retten. Und ich glaube daran, dass viele Menschen in Deutschland sich an diesem Handeln auch aus voller Überzeugung beteiligen werden. Natürlich werden wir dies alles auch europäisch abstimmen. Wir sind in engem Kontakt mit unseren europäischen Partnern und auch den internationalen Partnern. Aber jeder in Deutschland kann auch seinen Beitrag leisten. Um mehr Platz für Patienten mit Covid-19 zu schaffen, verschieben Berliner Krankenhäuser planbare Operationen und bauen ihre Beatmungskapazitäten aus. Die Absage von planbaren Behandlungen sei dann möglich, wenn sie aus medizinischen Gründen im Einzelfall verantwortbar sei, sagte die Sprecherin der Berliner Krankenhausgesellschaft, Barbara Uggrenz, am Montag der dpa. In Berlin gibt es demnach derzeit 1045 Beatmungsgeräte an Intensivbetten und weitere Geräte in Notaufnahmen. Die durchschnittliche Auslastung im Normalbetrieb liege bei 80%. Für Eltern, die das Angebot einer Notbetreuung ihrer Kinder in Anspruch nehmen wollen, hat die Senatsverwaltung für Bildung und Familie ein entsprechendes Formular online gestellt. Die sogenannte Selbsterklärung der Eltern gibt es als PDF-Datei in mehreren Sprachen. Das Angebot gilt nur, wenn beide Elternteile zu systemrelevanten Berufsgruppen gehören. Dazu gehören z.B. Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Wasserversorgung, Pflege- oder Lebensmitteleinzelhandel. Die Berliner Verkehrsbetriebe rechnen vor dem Hintergrund der Corona-Krise mit spürbar sinkenden Fahrgastzahlen. Bis jetzt führen sie aber ohne Einschränkungen nach dem ganz normalen Fahrplan, sagte BVG-Sprecherin Petra Nelken am Montag. Wie sich die Situation weiterentwickele, etwa wenn in den nächsten Tagen sämtliche Berliner Schulen geschlossen seien, bleibe abzuwarten. Auch in anderer Hinsicht setzt die BVG vorerst weiter auf Normalbetrieb. Fahrscheinkontrollen gäbe es im gleichen Umfang wie bisher, sagte Nelken. Gereinigt würden die Fahrzeuge allerdings häufiger als vor der Corona-Krise. Der Prozess gegen einen Berliner Polizisten nach einem tödlichen Crash startet wegen der Corona-Krise vorerst nicht. Der für Dienstag geplante Termin am Amtsgericht Tiergarten wurde aufgehoben, wie das Gericht am Montag mitteilte. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dauerten fast zwei Jahre. Angeklagt ist ein 52-jähriger Hauptkommissar. Laut Anklage raste er am 29. Januar 2018 mit seinem Polizeiwagen und überhöhter Geschwindigkeit in das Auto einer 21-Jährigen. Die junge Frau starb noch an der Unfallstelle in der Nähe des Alexanderplatzes. Der Beamte ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Gefährdung des Straßenverkehrs durch Alkohol am Steuer, wie zunächst von der Staatsanwaltschaft angeklagt, musste als Vorwurf fallen gelassen werden. Das Coronavirus belastet natürlich auch die Arbeit des Bundestages. In den nächsten Tagen bekommt das Parlament allerdings erst einmal eine Atempause. Denn heute startete ganz regulär die sitzungsfreie Woche, in der die Abgeordneten in ihren jeweiligen Wahlkreisen sind. Doch auch diese Woche geht vorbei. Und was heißt das dann? Wird es Bundestagssitzungen geben? Werden überhaupt die Ausschüsse zusammenkommen? Das haben wir die Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau gefragt. Wir werden das jeweils zeitnah entscheiden. Wie gesagt, in dieser Woche ist ganz planmäßig Wahlkreiswoche. Alle sind in ihren Wahlkreisen unterwegs. Diejenigen, die in der Bundestagsverwaltung beschäftigt sind, diejenigen, die in den Fraktionen hier in Berlin die inhaltliche Vorbereitung und Zuarbeit machen, machen das zum Teil im Bundestag und zum Teil von zu Hause aus. Das ist in der vernetzten Welt möglich. Und da kommen wir unserer Verantwortung natürlich nach. Frau Pau, wenn diese Maßnahmen, die jetzt in Angriff genommen worden sind, auch von den Ländern, nicht greifen und es doch härtere Maßnahmen braucht, Stichwort Notstandsgesetze, was würde das für die Bürger bedeuten? Nein, bevor wir über Notstandsgesetze reden, reden wir erst einmal über die Durchsetzung tatsächlich des Infektionsschutzgesetzes, des Seuchenschutzes und auch die Maßnahmen, die notfalls nötig sind, zur Unterstützung der regulären Strukturen durch die Strukturen des Katastrophenschutzes wie technisches Hilfswerk, Katastrophenschutz und anderes. Das hat alles nichts mit Notstandsgesetzen zu tun. Also um das föderale System quasi auszuhebeln, damit schneller durchgegriffen werden kann seitens der Bundesregierung. Reicht da das Seuchenschutzgesetz? Im Moment organisieren die Länder in ihrer Hoheit auch alle Maßnahmen, die der Bund mit dem Infektionsschutzgesetz und anderes hat. Und das ist auch richtig so, weil in den Ländern und dann in den darunterliegenden Strukturen, Landkreise und so weiter, gibt es Strukturen, die jetzt auch in Kraft gesetzt wurden, um Infektionsschutz, Seuchenschutz, anderes durchzusetzen. Sie sehen, hier in Berlin läuft das im Moment an, sehr planmäßig. Am Wochenende sind die ersten Maßnahmen in den Gesundheitseinrichtungen, aber auch in den Pflegeeinrichtungen entsprechend umgesetzt worden. Die gelten natürlich bundesweit, werden aber in Länderverantwortung entsprechend organisiert. Gestern Abend hat der Bundesinnenminister gemeinsam mit dem Präsidenten der Bundespolizei, Herrn Rohmann, und dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes, Herrn Münch, eine Pressekonferenz gegeben. Und sie haben ganz deutlich erklärt, wie das mit der Unterstützung für die Länderstrukturen aussieht, dass die Bundespolizei also unterstützend Beamte schickt, dass das aber in den Ländern entsprechend organisiert wird. Und ansonsten die Bundesstrukturen, auch der Sicherheitsbehörden, natürlich ihren Aufgaben nachkommen. Das ist ja nicht nur die Frage der Grenzkontrollen, die seit heute Morgen entsprechend gelten, sondern das ist beispielsweise die Aufgabe der Bundespolizei, ist gleichzeitig die Bahnpolizei, ist an den großen Flughäfen zum Teil mit zuständig, aber auch dafür zuständig, wenn es Situationen gibt, wo Länderpolizeien Unterstützung brauchen, sei es um bestimmte Einrichtungen entsprechend herzurichten, wenn es mehr Infizierte gibt oder anderes, dann wird es diese Unterstützung geben, auch durch technisches Hilfswerk, durch das Bundesamt für Katastrophenschutz und so weiter. Also ich würde darum bitten, dass wir auch nicht über Notstandsgesetze reden, sondern dass wir erst einmal jetzt die Umsetzung der Maßnahmen, die im Moment angesagt sind, entsprechend durchsetzen. Also keine Panik machen, wollen Sie letztlich damit sagen. Bitte keine Panik machen und jeder von uns kann seinen Beitrag dazu leisten, auch hier entsprechend Ruhe zu halten und da brauchen wir erstmal noch gar nicht die Polizei und da brauchen wir auch sonst was nicht. Beispielsweise auch, ich habe das bei mir im Wohnumfeld gesehen, dass jüngere Menschen beispielsweise auch Aushänge gemacht haben. Liebe Nachbarin, lieber Nachbar, brauchst du Hilfe? Ich kann auch einkaufen gehen, ich kann auch für dich zur Apotheke gehen und wir legen das dann vor der Wohnungstür, tauschen wir dann sozusagen den Zettel aus. Wir müssen uns auch nicht anfassen. Also bitte helfen Sie und vielleicht auch, wenn Sie am Wochenende aus welchem Reflex heraus zu viel eingekauft haben und jetzt Ihnen klar wird, das kann ich gar nicht alles aufessen, bevor es verdirbt. Vielleicht bieten wir es einfach auch den Nachbarinnen und Nachbarn an. Vielen Dank für Ihre Informationen. Dankeschön, dass Sie hier waren. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht zeigt sich der Himmel sternenklar und das Thermometer fällt auf 5 Grad. Der Dienstag startet mit Sonne und blauem Himmel, später ist es dann locker bewölkt, das Quecksilber steigt auf milde 14 Grad. Und der Ausblick, am Mittwoch gibt es dann nur noch 3 Sonnenstunden bei einem wolkigen Himmel, dafür bleibt es aber trocken. Das ändert sich dann leider am Donnerstag und am Freitag. Während es am Donnerstag lediglich in den Mittagsstunden nass wird, sollte der Regenschirm am Freitag den ganzen Tag über griffbereit sein. Die Sonne hat an beiden Tagen keine Chance. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und frühlingshaften 17 Grad. Das war's für heute von uns. Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Abend. Bitte bleiben Sie gesund. Und sollten Sie Symptome einer Grippe haben, dann rufen Sie bitte die unten eingeblendete Nummer an. Ich sage danke und bis morgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017